Was geht ab meine Freunde? Herzlich Willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video. Bitcoin bei 42.150 US-Dollar. Ja, leichter Abverkauf gestern, nachdem die FED-Sitzung nicht das gebracht hat, was vielleicht manche erhofft haben. Wir haben ja schon im Marktnausblick darüber gesprochen, dass theoretisch die Lage relativ gut ist, die FED aber trotzdem etwas wahrscheinlich noch drosseln wird und so ist es auch passiert. Wir haben weiterhin unsere Zinsen wie gehabt, daran hat sich nichts geändert, aber die Rede war nicht sonderlich bullisch. Darauf werden wir jetzt auf jeden Fall gleich nochmal ein bisschen genauer eingehen. Wir werden natürlich auch auf die Trades eingehen, die momentan noch laufen oder die wir jetzt noch machen können. Also bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, aber bevor wir starten, lasst dem Video schon mal gerne ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich gerne in die kostenlose Telegram-Talk und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr kostenlos unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten, wenn ihr das Ganze traden wollt, kann ich euch wie gesagt nur meine Partnerbörse Bingix empfehlen. Und ja, ansonsten würde ich sagen, starten wir jetzt rein. Wie gesagt, Bitcoin bei 42.100 oder knapp 200 US-Dollar. Wie gesagt, die Zinsen sind gleich geblieben, 5,5 Prozent, so war es ja auch prognostiziert. Nur hat Powell dann in seiner Rede auch ein bisschen gesagt, ja, er will auf jeden Fall die Inflation, so wie immer, auf 2 Prozent runterkriegen. Davon sind wir noch ein Stückchen entfernt, nachdem die Inflationszahlen zuletzt ja wieder angestiegen sind. Die Märkte haben das etwas bearischer aufgefasst. Wir haben uns gestern ja die Kennzahlen mal ein bisschen angeguckt. Können wir jetzt auch nochmal so reingucken, dass vor allem ja im März dann die nächste Zinssenkung sein sollte. Mittlerweile, gestern waren es 50, 50 Prozent, heute sind es schon wieder nur noch 64 Prozent, denken, dass wir die Zinsen so behalten. Es wird damit gerechnet, dass die Zinsen jetzt länger oben gelassen werden als gedacht. Hat natürlich auch damit zu tun, wie gesagt, wir sind von diesem 2 Prozent Ziel entfernt. Powell ist an sich nicht wirklich zufrieden, wie es momentan läuft. Das heißt, man wird wahrscheinlich die Zinslage noch etwas länger am Laufen lassen und dann wird es mit März 2024 wahrscheinlich erst einmal nichts. Wir müssen wahrscheinlich hier mit dem 1. Mai rechnen. Das heißt natürlich auch, bis nach dem Bitcoin-Hiving wird es wahrscheinlich erst einmal kein oder keine Aussichten auf billiges Geld erst einmal geben und solange die Inflationsdaten eben noch so hoch sind. Das war eigentlich so ein bisschen die Kernaussage gestern. Also im Endeffekt hat er das gleiche geschwurbelt wie die letzten Wochen und Monate auch, nur halt etwas bearischere Aussichten für uns. Und das hat natürlich auch die Kryptokurse und natürlich auch die Stockkurse erst einmal ein bisschen zum Einbrechen gebracht. Nachdem wir hier erst noch vorläufig nochmal einen Hoch hatten, hier bei knapp 43.700 US-Dollar, beziehungsweise auch hier gestern dann nochmal einen ordentlichen Anstieg, war es das dann erst einmal und die Kurse sind komplett eingesackt. Also man sieht es hier, Mittwoch, 31. Januar, 19 Uhr, da hatten wir nochmal unser Top hier oben bei 43.750 und dann ging es runter, nachdem eben Paul geredet hat. Wir haben dieses Tief hier unten, beziehungsweise diese Ineffizienz jetzt erst einmal hier aufgefüllt auf dem 1-Stunden-Time-Film, das sieht man ganz gut. Also die Zone hat erst einmal gehalten, das heißt wir sind grundsätzlich immer noch auf dem bullischen Weg nach oben hin, weil wir eben kein tieferes Tief mehr gebildet haben. Solange sind auch grundsätzlich noch die 45.000 US-Dollar drin. Die Frage ist, werden wir das überhaupt noch erreichen? Momentan sehe ich das alles ein bisschen bearischer. Heißt zwar, wir haben ja gestern hier die Position verdoppelt, oder das war ja hier gestern der Plan, sobald wir hier eben reinkommen in den Bereich von 42.400, 42.500 Positionen verdoppelt. Nächste Take Profits genommen, das heißt der Entry liegt momentan hier unten bei 40.700 US-Dollar. Das heißt genau hier unten in dieser Ineffizienzbox. Sollten wir hier wirklich drunter schließen, ist das Ganze für mich sowieso bearisch. Und im Laufe des Tages müssen wir dann auch erst einmal gucken, wie oder sollten wir eine Erholung kriegen, nochmal im Laufe des Tages besser gesagt, wie wir dann hier oben so circa bei 43.000 US-Dollar reagieren. Sollten wir hier natürlich bearisch reagieren, ist das ein klares Zeichen, dass wir hier nach unten hingehen. Und dann wird es auch auf jeden Fall ein Short-Signal im Laufe des Tages dann in der Telegram-Gruppe auf jeden Fall geben. Also da kommt, wie gesagt, gerne rein. Da kommt dann auf jeden Fall noch ein Signal. Sollten wir dann hier eben Short reingehen. Position Long läuft sowieso noch. Das heißt, wir haben hier erst einmal kein Risiko. Aber momentan ist das für mich noch mit das wahrscheinlichste Szenario, dass wir hier jetzt nochmal einen leichten Anstieg sehen und dann aber hier abverkauft werden zwischen, ich sage jetzt mal, 40.700 und 40.000 US-Dollar. Ich bin deutlich bearischer jetzt eingestellt, weil Paul das ein bisschen jetzt schlecht geredet hat. Die ganze Situation wäre es einfach neutral gewesen. Hätte ich gesagt, okay, 45.000 sind weiterhin absolut drin. Momentan sehe ich das etwas kritisch, muss ich ehrlicherweise sagen. Einfach aufgrund der Aussichten auf weniger billiges Geld oder Verschiebung von billigeren Geld. Und wenn wir uns auch mal noch die Funding Rates angucken, die jetzt auch nicht mehr komplett im Minus sind, sondern auch erstmal einen Schub nach oben hingetan hat, könnte es schon gut möglich sein, dass wir hier dann erst einmal eine kleine Korrektur sehen. Schauen wir uns nochmal ganz kurz das Open Interest dazu an. Das ist komischerweise etwas zurückgegangen. Coinbase natürlich mit den ganzen ETFs 28% zugelegt. Also die ETFs fangen momentan ein bisschen auf und der Grayscale Bitcoin Trust, wie gesagt, das haben wir ja gestern schon mal angesprochen, wird deutlich weniger abverkauft. Aber für den heutigen Tag, wie gesagt, jetzt auf jeden Fall mal die 43.000er US-Dollar-Marke im Blick behalten. Passt auch sehr, sehr gut mit der Ineffizienz hier auf dem 1-Stunden-Timefilm. Wir schauen uns nochmal ganz kurz dazu an, ob wir hier noch eine Vector Candle dazu haben, wenn es denn lädt. Ich glaube, es ist ehrlich gesagt wieder nicht. Nochmal kurz aktualisieren. Schauen wir nochmal jetzt. Jetzt aber Indikator rein. haben wir auch noch eine rote, die wir hier noch zumindest dann füllen könnten in diesem Bereich. Also die Überschneidung hier ist schon sehr, sehr hoch. Und wenn wir bis auf 0,786er gehen, seht ihr jetzt vielleicht auch noch gerade dazu, dass wir auch noch hier eben diesen Pivot auch noch hier oben bei 43.400 US-Dollar haben. Also Zeichen. Deutlich bearischer für den heutigen Tag. Ich glaube nicht, dass wir jetzt noch die 45.000 US-Dollar sehen, außer es kommt jetzt auch noch mega bullischen News, wovon ich derzeit einfach nicht ausgehe. Und ansonsten Märkte erst mal schwächer und Short-Signal wird wahrscheinlich hier bei 43.000 US-Dollar folgen. Ethereum hat leider unseren Short-Einstieg nicht mehr bekommen. Das war ja gestern noch so mein Ziel. Natürlich haben wir erst einmal das Golden Pocket erreicht. Aber ich habe gestern im Video dazu gesagt, wenn Short dann beim 0,786er. Ziel leider nicht mehr erreicht. Kurs hat früher gedreht als gedacht. Was mich gewundert hat, nachdem Bitcoin hier nochmal einen Anstieg geschafft hat. Ethereum aber dann deutlich schwächer auf den beiden. Also hier erst einmal Finger weg und hoffen jetzt, dass wir hier Richtung 2070 bis ungefähr 2054 US-Dollar runtergehen. Diesen massiven Wick füllen und dann hier unsere Long-Chance erst einmal nutzen. Ansonsten gehen wir noch zu unseren laufenden Trades. Euro ist nach zweiten Take-Profit, da haben wir ja gestern früh im Video gesagt, 1,088, genau den Pivot hier getroffen. Dann Position jetzt erst einmal zu, nachdem es hier in den Stop-Loss gelaufen ist. Auch wenn es nur minimal war, aber wir sind hier genau, punktgenau auf dem Pivot S1 erst einmal drauf gelaufen. Hier muss ich jetzt gucken, ob wir im Laufe des Tages nochmal eine Position eröffnen oder das jetzt erst einmal so stehen lassen. Zwei Take-Profits auf jeden Fall erreicht. Glückwunsch an alle da draußen. Ansonsten nächste Chance, wenn wir hier durchfallen sollten, ist dann für mich auf jeden Fall erst einmal hier unten dieser Take-Profit-Bereich beim ungefähr S1 bei knapp 1,072 Euro. Das wäre der neue Pivot dann diesen Monat und dann von hier aus eine neue Korrektur oder Gegenbewegung dann nach oben. Das sind so die Ziellevel, die ich mir jetzt erst einmal angeschaut habe. Ansonsten Gold weiterhin erst einmal auf dem Vormarsch. Da haben wir gestern auch drüber gesprochen, das sollte die Rede bearish sein, war sie jetzt auch. Gold nochmal einen Push macht, ist bis auf 2055 US-Dollar gestiegen, aber jetzt auch kein Mega-Pump, was hier zu erwarten ist. Märkte erst einmal ein bisschen gelassener hier bei Gold, aber dafür die Stockmärkte komplett nach unten hingeschossen. Leider, das kotzt mich oder hat mich gestern noch extrem angekotzt, dass wir hier unseren Short-Einstieg nicht mehr bekommen haben. Vielleicht wollte ich da einfach zu viel, vielleicht ein bisschen zu wenig Risiko in der Situation gegangen, aber ich wollte hier eigentlich noch dieses höhere Hoch beziehungsweise diesen alten Pivot, den hat er sich nicht mehr geholt am Markt, ist jetzt erst einmal nach unten korrigiert, aber wir werden das jetzt ganz genau im Laufe des Tages beobachten, wie der Markt jetzt hier am Golden Pocket reagiert. Sollten wir jetzt eine Erholung sehen, dann wird dieser Preisbereich hier um 4.900 Punkte beim S&P 500 sehr, sehr interessant, weil ihr seht auch hier, da wurden wir vorher schon mehrmals abgeholt beziehungsweise mehrmals Widerstand erlebt, dann kam dieses Fake-Out nach oben mit dem massiven Abverkauf, also das wird sehr, sehr interessant, die 4.900 Punkte und beim Nasdaq ist es grob das Gleiche, dass wir auch hier jetzt im Laufe des Tages jetzt erst einmal gucken werden, okay, wie ist die Reaktion dann hier oben im Golden Pocket in Richtung 17.430 bis, ich sage jetzt mal, 17.500 Punkte, das sind so die Zielzonen für den laufenden Tag, schauen, wie wir hier reagieren und dann gegebenenfalls nachträglich nochmal einen Short reinmachen. Aber wie gesagt, die Aussichten nicht mehr so bullisch wie gedacht, warten wir jetzt erst einmal ab, eher jetzt ein Short-Market anstatt einem Long-Market, was Pole da uns serviert hat und ansonsten warten wir jetzt erst einmal ab, Like da lassen auf jeden Fall, Abo da lassen, wenn ich es heute schaffe, werde ich euch noch ein kleines Altcoin-Update-Video machen. Gestern kamen zwei, ein Funny und ein normales Bitcoin Cash, schaut euch das gerne an in der Altcoin-Playlist und ansonsten würde ich sagen, war es das von meiner Seite, ich wünsche euch einen schönen, erfolgreichen Tag, wir hören uns dann eventuell später nochmal und ja, bis dahin, ciao, ciao und wie immer, stay crypto.